Game of Chefs. Die Wettkämpfe beginnen. Große Kavallerie heute, ja? Die Sterneköche Hier stehen die Sieger, würde ich sagen. sind nun Gegner. Kleiner Mann ganz groß. Geh rüber. Aber sie dürfen selber wieder Hand anlegen. Seine Oberkatastrophe. Noch abschmecken. Wir beginnen jetzt. Sie haben eine Stunde für 14 Portionen. Und nur das Siegerteam ist weiter. Wo sind Kartoffeln? Wo ist Eis? Salz und Pfeffer wird völlig überbewertet. Meersauce. Ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Wir müssen schneller machen. Schwerer Katja, mach schneller. Gib Gas, Junge. Ohne drauf. Mit beiden Händen. Das dauert zu lange. Ein Kandidat der Verlierer-Teams fliegt raus. Alter, wenn ich eure Teller sehe, hab ich Schiss. Game of Chefs. Dienstag, 20.15 Uhr.